Oh mein Gott! Wir haben uns heute hier versammelt. Im Titel steht es schon ein bisschen. Discard Prime Icon Ronaldinho Packwager. Alter, Alter, Alter. Was mache ich mit drei Torhüter? Das ist ja wie eine Strafe eigentlich. Sehr gut. So, Freunde. So habe ich das Team umgebaut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Nein! Wie fühlt sich das an, Ronaldinho jetzt zum letzten Mal zu spielen? Der, wer zuletzt lacht, lacht am besten, mein Freund. Ja, ich weiß, ich weiß. Formation! Ja! Mann! Das ist krass, ne? Ich schwitze da so. Du weißt, du weißt, dass so ein krasser Spieler auf dem Spiel steht. Ja. Das ist was ganz anderes wie, okay, gut, er könnte noch einen blöden Spieler treffen. Ja. Nein, du weißt schon, wen du abstoßen musst. Ja, der Torwart, Junge. Ja, Mann, der zweite Torwart. Der ist besser als dieser Hüsa. Ja, Ronaldinho! Finde ich einfach. Torwart! Ey, das ist doch nicht mehr normal, was... Oh mein Gott! Ey! Nein, nein! Ja, wenn die Torhüter die besten Spieler auf dem Feld sind, das ist schon... Ja, das gebe ich zu. Ehre mal in die Kommentare auch ein fettes GG. Ich weiß, es war unverdient, aber das ist ein wheelchair, Leute. Drei, zwei, eins... Whip! Ich bin torig mit dir, Bruder. Okay, ich jetzt auch. Dann können wir... Ich bin ready. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jo, Freunde, ich grüße euch zu einem weiteren Video. Oh mein Gott! Ich hatte vor ein paar Tagen schon diesen Nervenkitzel mit Discard Pack Wager. Ich habe einfach mal den Bruder Mo gefragt, ob er nicht auch Bock hat. Und heute geht es um Foodies Pogba. Ja, das ist... Wow! Einfach just wow! Aber ja, ich möchte auch meinen Bruder grüßen. Grüße dich! Was geht? Hallo, Spato! Dankeschön für die Einladung. Ja, du hast mich ja schon darauf vorbereitet. Soll ja echter Nervenkitzel sein. Ich bin echt gespannt. Da geht ja um ordentlich was, ne? Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist das Video mit Ronaldinho noch nicht raus, ja? Ich kann euch aber jetzt schon eines sagen. Ey, ich war so krass unter Adrenalin. Ich habe so krass geschwitzt. Und das war von den Nerven her einer meiner heftigsten Spiele. Einfach was den Nervenkitzel anging, ne? Ich hoffe, es wird wieder so. Ich hoffe, man hat das damals gut rüberbringen können. Wenn er wirklich darauf besteht, dass wir noch weiter durchziehen und solche Kaliber reingeben, ja? Eskaliert mit den Daumen nach oben. Bei 1000 Daumen nach oben kommt die nächste Folge. Ganz oben in der Videobeschreibung geht es dann zum Bruder Mo. Da geht es um einen 97er-Footage-Spieler. Also, nach dem Spiel Abfahrt rüber. Wir öffnen pro Kanal 5 Packs von den 81 Plus-Spielern. Dann bauen wir einen Squad rund um Pogba. Dann spielen wir gegeneinander. Es wird nicht nur die tiefe Differenz diskredit. Es wird auch Paul Pogba diskredit. Chris Maxi war schon in dem Genuss. Ich durfte ihn den Pogba abstoßen. Richtig, wirklich schwer. Ich habe mit ihm mitgefühlt. Und ja, jetzt weiß man schon, dass man den abstoßen muss. Und das ist der Nervenkitzel. Und ja, mein Lieber. Ich würde mal sagen, wir beginnen zu öffnen, oder? Ja, ich bin ready. Aber nervös. Ich bin auch nervös. Ich bin auch ready. Drei, zwei, eins. Abfahrts. Wir können auch trotzdem so weiter dahinter sein. Ich habe keinen Orgers. Ich auch nicht. Oh, hör doch. Achso, ne. Was hat denn? Was bist du denn für einer? Was? Du hörst? Wondolowski. Okay. Ach, das ist diese 65k Abstoßpreiskarte da. Ah, hast du einen Rekordbreaker gezogen oder was? Ah, genau. Rekordbreaker. Ich wusste jetzt nicht mehr genau, was das für eine Karte ist. Alter, der ist krank mit 90 Schuss oder so. Eh, Ehre. Ich bin schon mal gerettet. Pato, ich habe einen Torwart. Ich habe einen Torwart. Ich habe Mondi und was? Okay. Ehre. Road to Torhüter. So, das zweite Pack. Bist du schon bereit? Ich bin ready, Brudi. Gut. Drei, zwei, eins. Abfahrts. Bitte. Bitte einen Torhüter. Kein Walkout. Ich auch nicht. Warte, aber wieder ein Special Card. OTV. Okay. Jovinko Lobby. Ich habe Arturo Vidal. Oh. Das ist gut. Das ist gut. Auch gut. Auch gut. Sehr, sehr gut. Torhüter. 83er. Rui Patrizio. Ich habe sogar zwei Torhüter. Ich musste mit drei Torhüter spielen in der letzten Folge. Und Jovinko Duplikat. Eine Folge drei Torhüter und in der anderen Folge hatte ich keinen Torhüter. Aua. Das war zu krass. Bist du ready? Jo. Okay. Drei, zwei, eins. Let's go. Abfahrt. Bitte. Bitte. Nein. Ich auch nicht. Das ist ein... Oh. One to watch. Wie ich nenn's? Sokrates? Sokrates. Oder Sokrates. Aber der ist doch Walkout, ne? Ja. 86er Innenverteidiger. Stark. 81er Pizella, ey. Das ist kein Fisch und kein Fleisch. Sehr, sehr gut. One to watch. Starke Innenverteidigung ist schon mal vorhanden. Gomes ein Stürmer. Okay. Gut, dann lass ich dich mal runterzählen, Bruder. Drei, zwei, eins. Bitte, 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 bitte. Hey, wieder kein Walkout. Ich hab auch kein Walkout. Ich brauch aber langsam irgendwie vorne etwas. Oh, zweiter Torhüter. Wieder ein Torwart. Das ist der dritte. Hast du einen dritten Torhüter? Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab Ja's dann. Und ruhig. Ja. RIP, RIP, RIP. RIP, RIP. RIP aufgezogen. Sehr, sehr geil. Okay. Das letzte Pack. Zwei, eins. Abfahrt. Gönn, bitte. Gönn. 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 Aua. Das wird ein Spiel werden. Gut, er hat auch drei Torte. Ich hab zwei Torhüter. Wir bauen mal das Team zusammen und dann kommt die Nervosität. Oh Gott. Nicht zu viel, Pato. So Leute, so sieht mein Team aus. 62 Kimi. Es sieht so vom Grundsatz nicht schlecht aus. Ich hab halt zwei Torhüter zu viel drinnen. Wie sieht es bei dir aus? Wie viel Kimi hast du? Ich hab 60. Ich habe auch zwei Tollhüter zu viel drin. Welche Aufstellung nimmst du? 4, 3, 1, 2. Hat am besten gepasst. Nehme ich auch. Echt? Nehme ich auch. Okay. Boah, das kann ja echt Geschwitze werden, ne? Es wird ein Geschwitze werden. Es geht um Futis Poi Pogba, Leute. Mindestens um den. Ich lade dich jetzt ein. Okay. Und dann geht es los. Oh Gott. Abfatz. Oh Gott. Oh Gott. Boah, du warst Vidal, ey. Ja. Ich dachte, du hast den 86er-Record-Breaker. Den kenne ich gar nicht, den du drinnen hast. Ich weiß auch gar nicht, wo er kam, ey. Okay, das wird krass werden, Alter. Hulk will mir auch Off-Camp die Hölle heiß machen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, Juwinko ist auch stark. Oh Gott. Okay. Leute. Beziehungsweise Mo, ich wünsche dir viel Glück. Danke, Uli. Ich wünsche ich dir auch. Abfatz. Let der Schwitz beginn. Oh. Oh, das war der Record-Breaker. Die Spiele reagieren einfach 0. Bei mir auch. War richtig schlecht. Ja. Oh, ey. Rack, Uli. Ey, gab es so Schwierigkeiten. Alter, oh Gott. Bei mir ist Gäfel richtig komisch langsam. Ist das bei dir auch so laggy? Richtig schlimm, ja. Das Problem ist, so eine 1-0-Führung heißt mal einfach gar nichts, ne? Ja, ist echt so. Was? Oh mein Gott. Ich habe gedacht, der wäre gegen uns in die Bahn gelandet. Ich dachte, der ist irgendwo. Der Torwart hat einfach mal gar nicht reagiert, so erkennt der nix. Wer ist denn Torhüter? Kaspar Schmeichel. Ja doch. Kaspar Schmeichel. Oh mein Gott. Ja, das ist richtig. Nein, trifft doch Tag-Finish. Das, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ich bin so nervös, dass ich den Tag nicht mal treffe. Jo, moin. Ich habe einen schönen Tunnel. 15 Minuten gespielt und schon am Schwitzen. Aua. Nein. Bitte, geh endlich ran. Nein, ich weiß. Ich hasse dich im Strafraum, ne? Du bist mir da viel zu ruhig immer. Wie? Ja, du, du, du. Ich habe, weil ich im Gegner im Strafraum bin, ich bin nervös. Ich weiß nicht, wo ich mit dem Ball bin. Du spielst noch 16 Mal hin und her. Ich habe gedacht, der geht irgendwie ganz, ganz eklig rein. Komm, Pogba. Komm, Pogba. Nein. Das ist doch ein Fmexy, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, dass ein Fmexy im Team ist. Das ist doch ein Fmexy. Nein, ich habe den Unterschied, ich auch. Na hui, na hui. Boah, Ehrenwondo Lewandowski, Lewandowski Bruder, Ehrenmann. Du hast aber einen Torwart drin, ne? Ja, ich habe einen Torhüter drinnen, der war als Felspieler besser. So bitter. Wow, gut, verdient ist das jetzt nicht unbedingt. Egal, es gab Videos, da habe ich auch einiges nicht verdient. Also, es passt schon, let's go. Es ist noch alles offen. Ich schwitze so unglaublich. Ich brauche das Tor. Ich brauche das Tor, bitte. Bitte. Nein. Nein. Nein, bitte. 20 Minuten irgendwie den Scheiß. Ich komme nicht an den Ball dran, Mann. Ich wollte gerade sagen, 20 Minuten irgendwie den Ball halten, aber ich komme doch überhaupt nicht dran. Nein, ich glaube so. Ey, nein. Bitte. Oh mein Gott. Ich musste nicht das machen, sonst kann man das vorstellen. Nein. Das kann nicht sein. Das habe ich hoffentlich gemacht. Nein. Das sind meine Stärken. Das kann nicht sein. Papa, du wirst wirklich, dass ich dich das ahne. Guck das an. Boah, ich habe es schon drinnen gesehen. Ja. Boah. Boah. Ist das ein glätiges Spiel. Leckt mich am Auer. Boah. 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 Aber ist ein verdammt beschissenes Format. Wenn man verliert. Wenn man verliert, ja. Das ist so ärgerlich, dass Rui alleine vom Tor vergeben hat und dann noch Pogba selbst alleine vom Tor. Und dann noch unsere Postenschüsse. Das war, nee. Das war ganz, ganz eklig, ey. Wow. Zu krass. 15 Schüsse. Sechs aufs Tor. Neun Schüsse. Vier aufs Tor. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber nochmal. GG, mein Lieber. Hier auch, Budi. War ein schönes Spiel. Das war ein schönes Spiel auf jeden Fall. Ich such dir erstmal eine Spiele aus, außer den ZOM, den lasse ich stehen. ZOM ist Pogba. Ich habe den linken Stürmer noch dazu. Den linken Stürmer? Das ist Gormis. Gormis ist auch weg. Wenn ihr wirklich heiß darauf seid, eine weitere Folge zu sehen, ihr wisst bereits. Bleibt 1000 Daumen nach oben. Kommt die nächste. Ja, mein Lieber. 10 bis 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lasst einen Daumen da, meine Armee. Lasst einen Daumen da. 1, Abfahrt. 1, Abfahrt. Aua. Aua. Ist der weg? Er ist weg wieder. Mein Beileid. Ripperino in den Chat. Ripperino an dich. Im Herzen fühle ich mit dir, Pat. Im Herzen fühle ich mit dir. Mein Main Team leert sich. Mein Main Team leert sich. Das tut gerade so weh. Glaube ich dir. Aber das ist der Deal. Das ist Peck Wager, Leute. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso einen Nervenkitzel wie wir hinter der Konsole. Uff. Also vor den Bildschirmen wie wir hinter der Konsole. Genauso ist es. Ripperino in den Chats. Erster Link ganz oben in der Videobeschreibung, Leute. Und ja. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Und Kai hat das gleiche Wort. Ich hab nichts mehr zu sagen, Brudi. Alles gut. Wir sehen uns ja noch im Rückspiel. Die Revanche gibt es dort. Genau. Ciao. Ciao.